Zufolge haben die Gefallenen im Kosmodrom die alte Himmelswacht besetzt. Vielleicht ist einer ihrer Anführer da, oder etwas Wertvolles. Der Sprecher bittet die Hüter, sich das anzusehen. Okay, die Himmelswacht ist gleich hinter den Steppen. Und von Gefallenen umzingelt. Also, ich wäre bereit. Okay, die Himmelswacht. Okay. 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 Himmelswacht. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war eine alte Anlage der Himmelswacht, die mit den Mondkolonien verbunden war. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.